So Leute, wir testen heute 100 Rabatt, weil der fleißige Kollege von ModCheck hat hier nämlich mal eine Frage gestellt unter unserem Lutendo Video und genau was 100 Rabatt ist, wie man sich da registriert und wie ihr gratis Produkte von Amazon bekommt, seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran, schaut euch den Trailer an und dann geht es weiter auf meinem Laptop. Also Leute, hier ist mit Videopharmatik gesprochen und hier hat ModCheck. Können wir uns mal kurz angucken. Der hat gefragt oder sie hat gefragt. Hey, ich habe hier noch eine Website mit 100% Cashback angeboten gefunden. Das ist leider, glaube ich, ohne Coupons. Wollte mal fragen, ob ihr die Seite für seriös haltet. Dann habe ich geantwortet, dass wir leider noch nicht getestet haben, das aber vorhaben und das machen wir jetzt auch. Wir melden uns dafür erst einmal an. Mal schauen, hier steht es auch schon jetzt registrieren. Also es geht um die Seite 100rabatt.com, Amazon.de, Produktrezensionsclub. Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie bis zu 90% Rabatt für jede Bestellung bei Amazon. Wie kann ich loslegen? Hier sind die Schritte. Finden Sie ein Projekt, das Ihnen gefällt. Kaufen Sie das Produkt auf Amazon. Zum Vollpreis reichen Sie die Bestellnummer ein. Verwenden Sie das Produkt und verfassen Sie eine Produktrezension. Nachdem die Rezension verifiziert wurde, erhalten Sie Rückvergütung. Ja, so wie wir es schon kennen. Wir registrieren uns einmal. Mit unserer E-Mail-Adresse wollen Sie uns auch gerne schreiben können, was wir denn nun noch testen können. Wie finde ich mein Amazon Profil URL? Also ich bin ganz normal auf Amazonian. Habe hier oben auf Jens Amazon geklickt. Und dann hier auf mein öffentliches Profil und habe dann die URL hier genommen. Mal schauen, ob es passt. Ansonsten meine PayPal-Adresse angegeben und natürlich ein Passwort. Hier den Haken habe ich rausgenommen. Dann klicke ich hier rauf. Ich bin kein Computer und hier erstelle einen neuen Account. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt passt. Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse. Der berühmte Double-Opt-In-Prozess. Hier ist die E-Mail. Bitte verifizieren Sie Ihre 100-Rabatt-Konto. Ihr natürlich. Ihr 100-Rabatt-Konto hier auf den Link klicken. So, dann werden wir wahrscheinlich wieder weitergeleitet. Ihr Konto wurde aktiviert. Auf Anmelden klicken. Ja, dann gucken wir uns das einmal alles an. Hier auf Home. Das ist halt die Home-Seite. Und dann wollen wir mal gucken. Was das hier so toll gibt's. Also Kabel sehr viele. Also Aufladekabel. Masken. Stative. Also alles 100% Rabatt irgendwie. Soweit ich gesehen habe. Wir gucken mal hier auf Angebote. Da können wir es bestimmt noch besser filtern. Genau Ihre Interessen. Baumarkt. Bürobedarf. Küchenhaushalt wohnen. Na, Bekleidung nehmen wir auch noch dazu. Okay, kann nur zwei Kategorien angeben. Dann lassen wir also täglich E-Mails zum Angebot erhalten. Nein. Speichern. Ja, nur gespeichert. Okay, doki. Soweit wie ich das jetzt überprüfen kann. Gibt es sehr viele Produkte. Und tatsächlich auch sehr viele 100% Rabattprodukte. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gefunden. Was denn nicht 100% rabattiert. Ah, hier. Also es gibt auch Produkte, wo man ein bisschen bezahlen darf. Okay, gucken wir mal weiter. Bewertungen. Hier steht neu. Okay. Aha. Es ist hier ein Cashback. Und man muss auch nicht bewerten. Soweit ich das jetzt hier im Anschluss erhalten Sie das Cashback. Sie müssen keine Bewertungen verfassen. Äh, Rezension verfassen. Dann haben wir hier oben noch den Reiter Rabatt. Mhm. Also gibt es rabattierte. Keine 100%. Das ist jetzt auch keine sehr große Auswahl. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt an meiner Filterung liegt am Anfang oder nicht. Wir haben Sie sich dafür bestellen Sie zum Vollpreis. Wir halten Rückvergütung. Sie müssen keine Rezension und kein Feedback hinterlassen. Mal gucken, ob das bei Angebot auch so steht. Okay. Anscheinend nicht. Okay, können wir hier noch Kontakt. Hier ist ein Kontaktfeld. Mal eine Frage stellen. Hier oben haben wir alles was mein Konto persönlich betrifft. Gut. Also werden wir jetzt einfach mal was bestellen. Irgendwas cooles am besten, damit ich damit auch was anfangen kann. Ich habe noch keine Kinder. Alkoholtester. Das war Polizei genau. Na ey, oder? Ja, das machen wir jetzt. So. Kein Couponcode. Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, müssen Sie ihn dennoch regulär zum Vollpreis erwerben. Nachdem Sie das Produkt erhalten und eine Rezension verfasst haben, bekommen Sie 17 Euro Rückvergütung. Jetzt bewerben. Anfrage erfolgreich. Bitte erwerben Sie den Artikel und rechnen Sie innerhalb von zwei Stunden die Bestell-ID ein. Okay. Den finde ich doch bestimmt hier. Ah, hier. Bei meiner Rezensionsliste. Kaufen wir den jetzt einmal. Den Alkoholtester. Also den Einkaufswagen ganz normal wie immer. Weiter zum Kaufabschluss. Jetzt kaufen. Und hier ist die Bestellnummer. Die kopiert ihr euch einmal. Dann geht ihr wieder zurück. Zu NAD Rabatt. Und dann klickt ihr hier auf Bestell-ID einreichen. Einfach nur einfügen. Abschicken. Erfolgreich abgeschickt. Wird bestätigt. Rezension einreichen. Rückvergütung. Ja, jetzt muss ich erwarten, bis denn das Produkt bei mir angekommen ist. Dann werde ich es testen. Dann werde ich es rezensieren. Und dann werde ich hier Link zur Rezension einreichen. Hier dann die Rezension halt einreichen. Den Link kennen wir ja schon von Nintendo. Und dann sollte ich meine Rückvergutung bekommen. So wie ihr gesehen habt. 100 Rabatt. 100 Rabatt. Scheint bisher seriös zu sein. Wir werden abwarten. Es wird jetzt wieder sicherlich. Ich schätze mal einen Monat dauern. Bis es denn soweit ist. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach eine faule Sau bin. Schöne Grüße nochmal an die lieben Kollegen von Mocek. Ja. Also bisher bekommt 100 Rabatt. Also ich glaub denen jetzt mal. Und glaub dass sie seriös sind und alles. Bis jetzt bekommen sie einfach 4 von 5 Sterne. Mal schauen wie es dann weiter geht. Bleibt auf jeden Fall dran. Und Leute. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Und aber viel wichtiger ist. Abonniert diesen Kanal. Weil. Dann freue ich mich. Okay. Also abonnieren Leute. Ciao.